Der Gasbrennwerkessel Ultragas ist wirklich eine Erfolgsgeschichte, die ich von Anfang an mit begleiten und auch gestalten durfte. Ein wesentlicher Entwicklungsschritt ist uns gelungen mit dem Aluminiumverbund-Wärmetauscher Alufair, der heute nach wie vor ein einzigartiger Wärmetauscher am Markt darstellt. Die Kesselkonstruktion für minimalen Platzbedarf und idealen Fluss von Kondensat und Abgas war gegeben. Jetzt ging es nur noch darum, einen optimalen Wärmetauscher zu entwickeln für maximale Effizienz, die die Investoren in der ganzen Welt begeistert. So begann die Tüftelarbeit. Wir hatten uns entschieden, im Gegensatz zu den üblichen Aluminiumwärmetauscher ein völlig neues Konzept zu entwickeln. Das heißt, einen speziellen Wärmetauscher mit Edelstahl und Aluminium, der die höchste Effizienz erreicht. Im Punkt der Langlebigkeit war vorgegeben, dass der Wärmetauscher auf der Wasserseite in Edelstahl ausgeführt ist. Auf der Heizgasseite, wo wir Aluminium haben, konnten wir durch die spezielle Oberflächenformgebung die Heizfläche um das Vielfache vergrößern und so die Effizienz maximieren. Zudem haben wir uns die Ausdehnungseigenschaften des Aluminiums zunutze gemacht, um einen optimalen Wärmeübergang zwischen Aluminium und Edelstahl zu garantieren. Klingt alles ganz einfach und Sie fragen sich sicher jetzt, wieso haben dies die anderen nicht gemacht? Ein Grund dafür war sicher der Zeithorizont. Wir hatten dieses Projekt innerhalb eines Jahres durchgeführt und wir konnten innerhalb von diesem Jahr konnten wir das Produkt zur Serienreife entwickeln und konnten auch das Patent für diesen hocheffizienten Wärmetauscher anmelden. Und Sie sehen hier eine große Stärke von HOVAL, die Liebe zur Technologie. Wärmetauscher 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 Wärmetauscher